und müsst ihr dann vier stunden und drei habt schon welche gefunden haben wir da bin ich gespannt das machen das ist schon ewig hier was spielt er denn alex wahrscheinlich war ich hab den ich hab den ganz selten das ist schon lange her wo ich gegen maus gespielt extrem selten ja moin maus die kann die mal aufhören die macht langsam angst das ist ja 22 abends gewesen aber ich bin nicht ganz umsonst herausgefahren ich habe immerhin glaube ich 300 oder 400 euro gewonnen in der spielung hat mich ein bisschen dann ja war dann nicht ganz so schlimm bitte überlegen sie es sich sie müssen das nicht weil ich bin gespannt wie die maus spielt das ist schon ewig das hätte ich auch nicht gedacht das maus hier ist maus noch es ist fast vorbei oh bist du gestorben da hinten wenn sie in der falle reinglaufen ich habe die fliege diese forschung link bist du da er ist in diese fallen reingelaufen ja hier also drei nachrichten könnte ich ihm auch senden ich bin jetzt bei dem jackpot kann ich ja mehr nennen ich habe jetzt keine waffen mehr wir müssen jetzt ohne ich muss das mit messer durch egal ich habe bald mein buff also bleibt am lieben gibt mir noch paar sekunden hier nimmt das hier dann bevor ihr euch oh danke das ist sehr gut bevor wir hier drauf kommen die Versiffung auf einmal 45 an die gute Versiffung 80% 80% der Gelder 21% in dem raum in der geht in dem raum war wieder keiner das ist also das meinte war keiner ich gehe schon rein was war da immer einer warte mal ich mach mal blackraker da hier zack fishhubs raus herz go aber kein bock über whatsa zu schreiben da los denn der kraft sehr komplett mit dem Mädchen verwirren mich manchmal ganz schnell kommt jungs ich habe einen buff rein gemacht alles durchlaufen aber der Supply ist sogar da drinnen, haben wir voll ignoriert das ist ja egal er kriegt den Supply mal sehen was er bekommen hat mal sehen entweder Ivy oder ich schätze mal Ivy, Granatwerfer oder Teleportationsfall gleich ist die Blindfähigkeit nicht abbauen, ich hab hier was kann auch der Modul sein ah, das Modul sein was wir aber leider nicht für manche Situation gar nicht so schlecht aber für manche sind es los ja aber es gibt wir haben hier zwei grüne Kräuter da steht der ganze Apotheke hier ich geh diesen da ist ne Falle darf ne Falle nicht reinlaufen Alter, was hat der wieder für drei Meter Arme ich hab's zerstört die Arme werden länger mittlerweile sind wir schon sechs die Arme werden länger lass mich schon die Räume pushen ich weiß wo seine Feinde überall sind mehr oder weniger ja ja was likten mich die hier schon die alle 42 ist Jorik da bei dir? ich seh ihn nicht ja dann hat er hallo nichts gesehen ja ich bin gegrabt geil was krieg ich? jawoll ich hab noch wenig Limballon ok er ist bei mir ja er läuft bei mir rum ich wohne alle in Berlin alle alle die mich anschreiben und in Berlin ey ne 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 raum her er bin ich über was steig machen ich irgendwo seit der konnte ich hab doch ich stole nett hat immer usb hinein oder meine frage ich glaube da wird er zu leben ich habe keinen bock auf sowas ja so vielleicht so dort zu usb usb aber nein was ist hallo wittest du mal also ich bin auch kein zweiter mehr dass kein ziel gleiche auslösen macht sie kämen am liebsten ich muss sicherstellen ich kann nicht alles ist er denn noch her stelle ich wollte dass der maßmann ich bin anbekenntnis glaube ich in der anderen mit einem neuen geile oder was heute das würde kommt an von dem danke ja keiner kommt zur unterstützung ja weil ich kann nicht alleine alles machen hier gespalten auf einmal ja wir hatten sechs minuten im zweiten bereich alles weg jetzt im feuerschutz im letzten raum der spieler die fünf oder aus daher so ähnlich ich habe das gefühl ich weiß gar nicht wo ich wohne die kamera die kämen Das kann doch nicht sein, oder? Ja, ich will gar nicht drüber reden, das ist peinlich, da muss kein Peinlich sein Naja, ich versuche ganze Terminal zu machen, ich werde ganze Zeit gegrabt Aber dann wisst ihr, wie ich mich manchmal mal fühle Also habt ihr es tatsächlich in den dritten Bereich geschafft, oder was? Natürlich nicht! Das hört sich nicht so an Nö Mein Gott, ihr müsst doch nicht sagen Ne, meine Güte Ne, weil das war jetzt einfach wie eine Teamversage Ja, aber da kann ich nichts für, das war ich nicht, ich war kein Mittäter Ja Dann müsst ihr alles alleine machen, Alter Und ja, so ist es Genau bei sowas werde ich beleidigt Du hast verloren, dein Team ist so gut und du verlierst trotzdem Ja, ich verstehe Mein Team ist schlecht und äh Weißt du, dann denken wir auch, äh Sollen sie mal mit den selben Spielern, mit denen ich spiele, spielen? Ja, mal sehen, ob ihr überhaupt Area 1 überlebt Ich nehme das jetzt mal als Kompliment Wurde ich eingeladen, wieso wurde ich nicht eingeladen? Ja, wenn die graus ist Ja, aber wenn der jetzt Massenspieler spiele ich nicht Ja Und so spielen wir Massenspieler Auf die Schalter habe ich keinen Bock auf Ich habe keinen Bock auf ein Team, das kein Teamplay hat Das ist mir zu peinlich, sauber Ja gut, das war jetzt ein Match Ja, aber es ist trotzdem peinlich Ja, vor allem so 6 Matches gewinnen sie und dann verlieren sie eins und dann Ich meine wir hatten 6 Minuten Ich versuche den Terminal zu machen Was für 5 Minuten verloren in den einen Raum Ich weiß, was du weißt Und peinlich Was wird? Ich gebe mir auch nicht, äh Weißt du mal Ich habe auch gar keinen, äh Wie nennt man das? Gar keinen Kraft mehr, mich wegen so nen Scheiß Spiel zu reizen Ich meine wir hören schon alle, wie Luchs ich jedes Mal aufregt Ja, will ich auch nicht mitmachen Ey, alles gut für Alles gut Ja, ich rede mich ja nicht wegen dem Spiel direkt auf Bei mir ist das halt anders überhaupt nicht Aber dafür muss man mich ein bisschen länger kennen, um das zu verstehen Ja kommst du zu Luchs Und dafür musst du auch meine Vergangenheit besser verstehen können Ich bin halt sicher als Mastermind-Main aufgewachsen Ach, mir ist es gar nicht mehr wert Mir ist es gar nicht mehr wert Das spielen wir uns ja nicht Aufzöffentlich Ich bin hier anders zu Ich bin hier anders zu Scheiß drauf, letzte Match schon wieder vergessen Scheiß drauf Das war einfach Teamversagen jetzt wieder Das hat man schon mal Das kommt vor Die hat sich woanders verteilt Und dann waren der Krieger alleine, ne? Ja, und dann haben wir alle soviel verbraucht Dann war er da wieder alleine, dann musst du nur einkaufen Beim Lidl Ey, gefühlt ist es schon Edeka, die Preise Die Preise? Wie beim Edeka Das geht genau auf, ey Das geht genau auf Das geht genau auf Oder Rewe Ich verstehe das nicht Ich weiß, dass das so weit weg ist Was genau hä? Die verwirrt mich doch total, ey Die verwirrt mich doch total Die verwirrt mich doch total Die machen mich alle Ein bisschen in die Hose Die machen mich alle fertig Die machen mich alle fertig Jetzt Ich hätte mich doch noch mal aufhören Ach, Digga, ey Wenn ich ehrlich Wenn ich ehrlich mich gemodelt kommen werde Ich fände nicht Ich suche da seit 15 Minuten Finde keine Lobby Ich kann meine Eier lecken, ey Ja, da fängt sich an Du suchst mit, wenn du kannst Geil Ja Was macht er meinst Oder was? Gute Arbeit Capcom, wirklich Geil Das ist echt komisch meinst Dank der tollen Blockliste Die im Spiel existiert Ist auch super Ich weiß nicht, was das ist Manchmal sucht man eine halbe Stunde Und macht er manchmal Länger Oder eine Stunde Oder noch länger Auch ziemlich Ja, den haben wir jetzt wieder Ah, Selja Das höre ich Den haben wir den da jetzt Hier, Chill Becker Ja, guck, wir haben jetzt hier Kon Tank Kon, ne Tank, ja Tja Ich wollte an die Becker spielen Gigi Maus Gigi Ich freu dich dir Nachher reinkommen In den Chat Nachdem sie das Match Später beendet haben Ach stimmt, ich könnte dem Team ja auch Gigi schreiben Auch so geil War gut Auch so geil, ehrlich Hat alles richtig gemacht Aber das Team war ja Ja Das machen wir alle ein bisschen Vermischtes Team Ja, das war einfach Teamversagen Mein Gott